... Ich muss kurz was einstellen so hier und dann so 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 hallo 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 test ok jetzt muss das gut sein ich habe meine Mose wasser Ich habe mich gesnipend. Ich habe mich gesnipend. Ich habe mich geschnitten. 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 Ja, gut. Was? Mach dann! Oh, Arjan macht! Er ist da gebissen, ist der zweiste Wachschuss. Ich bin nicht eine Frau. Ich hab noch was. Ich hab noch was. Ich bin nicht eine Frau. Ich hab noch was. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay, come on, man. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Ja. Und er hat dann auf PC gewechselt. Ja. Und dann war er Abnahme krass. Also er hatte dann... Da, und das ist weg? Nee, nee. ? Phase weg. Glaube ich kenn mich nicht. Genau. Auf PC hab ich sogar besseres Aim als jetzt. Verste ich auch nicht. ich bin untergefallen das war weitergehen sieben neunziger so für mich trotzdem ein bisschen besser die macht halt zu viel ich würde eigentlich auch noch nur eine grüne paar nehmen aber die macht kein 200 deswegen also damit das nicht so viel schaden macht weißt du aber den neuen pump kann wenn du den gegner einmal am körper hittest hunderter hält 105 ja ich stehe das wünscht man ich dachte Das ist ja mein Handy. Nein. Wie viel P-Hast du? 30. Ja. 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 Manchmal ich hab' einfach 100 Dapping so. Oder... Ey, ich stell dir vor, man, ich würd so gerne mit einem... Maximal so 10 Dapping so geil. Überwiegend. Was hast du für einen P-Hast du immer? 20er. Ich hab' immer... Generell, so... Slack irgendwie auf deine Entwürfen, hab' ich das Gefühl. Boxt mich ein. Nein! GG, das hast du gut gemacht. Ja, danke. Digga. Mann, du hast einfach durch die Wand geschossen. Hä? Hä, aber warum sagen die dann zu dir, du... Du Korde oder so? Das mach' mal zum Spaß, du. Lol, tschüss, was war das für ein Lag, Digga? Darf' man den Trick ausprobieren? Ja, mach. Guck mal den... Warte. Ja, diese Edits... Warte mal. Was machst du denn? Was ist das für ein Trick? Guck. Ich kenn' den. Möcht' du den? Ja. Aber das ist gut. Wenn man den... Kann. Das. Das ist... Das ist ehrlich gut. Ich hab's Gefühl, dass meine Leid sich nicht so gut machen kann bei dir. Ups. Digga, warum konnte ich denn gerade... Warum nicht dauernd? Abblocken kann nicht gut, ne? Wenn man so das... Warte mal. Wenn die... Guck mal, ich block' ja immer ab die ganze Zeit. Oha! Ja, okay, Digga. Warte mal, da drinnen kämpfst du? 1 gegen 1, oder wie? Ja. Okay. Warte, lass mich das kurz einstellen. Ich muss aber Team 2 wechseln schonmal. Ja, warte... Das ist interessant. Ich muss aber nicht sein, ich muss... Nein. Wir spielen die auch. Du lebst. Wir tun Kon. Ja, ich buche das. Ich muss die Blech. Wirklich. Das ist richtig. Ich nicht weiter. Das ist das. Bist du Team, äh, zwei? Ähm, ja, bin ich. Bist du in der Insel gespawnt? Ja, also, nein, nein, ich, also, ich glaube keine Kisten, ja, 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 warte, ich öffne die Idee. Warum spaßt du es eigentlich immer hier aus? Ja? Hör mal auf, hör mal auf, mach mal diese Wände weg, komm mal. Hier, nimm deine Tour. Ja. Warte, bis ich dort hinten bin. Okay, ich kann losken. Okay. Oh mein Gott. Okay. 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 es gibt eine ganze 30er warte bekommen hast du jetzt wieder 200 pp ja scheiße das ist nicht geil wenn man die schau mal ob du immer noch team 2 ist er bin immer noch wie bist du reingekommen ich habe eingeladen davor sagt ich nicht er hört dich nicht als ich kann man kisten schiffen eigentlich er dieser tag ist schwerer als letzt gestern mal natürlich geht los was ist du eigentlich um drehen zu viel gegessen sushi nein zu viel egal ich habe gestern so dicker ich habe gestern fleisch gegessen irgendwie italienische kartoffeln ich bin's wenn wir gestern checks ich weiß nicht egal die macht mich die ganze zeit ein ich bin schlecht gerade, ja, der Pumgarn hinter der sitzen müssen. Hamza, kommst rein. Du kannst auch mal klippen, Hamza, ich hab den Logo-Pick-Hexen hier. Soll ich mir Sturm zu fahren holen? Hab ich. Ja, mach, wenn du willst. Ah, dann hab ich kein Geld, dann hab ich keinen D-Bugs dafür, allerdings, ja. Keine Ahnung, mach's. Ich weiß nicht. Ich hab Dilla-One. Ich hab Stormtrooperin auch, aber ich spiel den hier nicht gut. Also hab ich den Rhythmus, was du auch dazu packst? Ich hab Dilla-One gepick-Hexed. Ähm, Dilla-One? Ja. Ja, ist passiert. Dilla-One ist genug. Äh, Dilla, schick den was. Oh, warte, 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 warte. Ah, okay, hier nicht jetzt. Ich schicke ich dir jetzt, okay? Was? Nein, die Katzen den nicht. Ich schicke jetzt Instant Karma. Das hat jeder sich schon gesehen. Wer denn? Alle. Was heißt alle? Ah, es ist alle und so. Ah, es ist alle, was da? Digga, John ist ne Schwuchtel. Hab du geschickt, hallo. Guck sie mal gleich an. Ah, du musst laut machen. Ach, Dilla, das müssen heftig. Ey, nicht starten. Ey, Digga. Hast du das nach dir? Warte, Enes. Egal, hier, äh, wie heißt der nochmal? Dilla-One, mach was anderes. Wie heißt der nochmal? Ja, warte mal ganz kurz, ich muss mir das Video erstmal angucken. Ich weiß, was kommt, oder? du bist doch schlecht anders höre mal auf du kleiner sonderschüler ich weiß wie man klipp wie klippen das noch fast wie kann man das klicken wenn du ein ehrenmann bist ja nur wenigstens ist sie machen ja ich bin level 84 oder 85 draußen aber der loran du sagst zu mir ich bin schlecht du sagst du mir ich bin schlecht aber ich bin ich hab dich doch selber gepickt also hast doch gesagt nach dem video junge ende sticker du redest so viel weil er dich gespitz sagt man macht man sagt es zum spaß ja weil er sich gefilmt hat man ja die trapte dann bekommen er hat mir auch noch einmal für die klipp noch ganz normal okay okay das ist gut machen scott langweilig ich komme mit pc spieler und so was muss ich bin so schlecht ist aber schnell haben sie wieder fast momentan ganz gut ja warum fragt du mich das nicht warum er mann ich bin auch ich lande noch warum ich nie so sehen kann sie haben ist der ich hab dir gesagt ich hab dir gesagt ich mach keine fachse ich hab dir gesagt mach keine fachse wie konntest du mir sowas antun wie konnte ich mir die Sprecher gespielt keine Ahnung ich hab bei diesem einen Streamer die gesehen aber denkst das Ding ist ich hab die Sprecher geht zu lange deswegen und jetzt die alle nicht zu spielen ich hab so viele Sachen die ich nicht spiele deswegen ich dachte mir mal komm pack sie sie mal raus und momentan spiele ich die Skincom wie so wie ich die jetzt spiele nur noch sorry 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 ja er bleibt in der barre so will ich das von es ist ein nub garer wieder ja ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht geh lieber runter man soll ich eins gegen eins gemacht haben doch er hat mir gesagt aber er war nicht online und ich weiß gar nicht wie ich seine ihnen in meiner freundes ist haben soll ich hab dich ist echt kann ich laufen ich kann nicht laufen junge die pflanze verdeckt alles so dass ich nicht laufen kann er will aber gibt es eigentlich immer besser sagen wir wann du sie brauchst jetzt jede woche zwei wappen er zwei wappen regelt ohne woche frage und wozu brauchst du sie denn ich nehme für mich genau das wollte ich bin ich schon mal an den tag der wende video gibt wovon wolltest du dir eine 5er pc abholen was gamestop von wo willst du dir eine 5er pc vorum gibt es was na klar gibt es das oder links da äh, wie heißt das? Tankstelle? Hä? Braunschweig gibt es 5er und 10er. Wahrscheinlich steht der Braunschweig. Tankstelle gibt es draus. Ist halt ehrlich so. Seit wann gibt es dort bitte eine 5er Pace? Wo denn jetzt? Bei der Tankstelle gibt es keiner. Doch, klar. Gibt es halt echt nicht, hey. Hey, hey, hey. Der bei, äh... Der bei... Der verpisst euch. Weißt du welche Schweine? Ja, ja, ich weiß. Ist aber nicht. Ich hab extra danach gefragt. Aber mach dir keinen Druck, mach dir keinen Druck. Ja, ne, wenn du bezahlen... Wenn du machen kannst, dann mach ich. Ja. Mach keinen Druck. Ja, ne. Mach dir keinen Druck. Ja, ne. Boom! Hä, wo bist du? wo... Pooh. Wooh. haha. Oh. Wooh! Tsch. Auf. Auf amount. du bist mein kill ok also mach keine scheiße du bist mein kill ich hab beide meine kids oh mein gott ich komme gleich wieder warum er junge eine starke nicht immer gott wenn es komm ich dir ganz schlecht träger immer schon gedrückt der war ich habe direkt eine neue spiel gedrückt du willst du willst du komm deine skill kombi ich komm meine skill kombi hertschauer wird ich will die müß warum warte, kill mal bitte, kill mal kurz was kann ich dafür, wenn ich bei der Maas raus ich will kurz gucken Wir haben noch was man. Ah, Junge Mann, ich kann nicht mehr. Ah, Junge Mann, was ich hier nicht sehen kann. Äh, Jo. Hä? Warte noch nicht in der Art Auto. Willow, guck mal, wer ist in der Kombi. Guck mal, guck mal, wer hat gestartet? Ja, ey, geh mal in die Zone. Ja. Ja, Mann, 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 Mann. ich bin ein schöne spitzhacke endes als mauler haben so guck jetzt guck jetzt die noch nicht gehen kommen dahin wo ich immer gehe endet wenn uns abschließt bis zu ihren los dann ist noch mal da er hat nie mal jemand so genannt nach klein und jeder lehrer noch mal das ist nicht cool ist es nicht nicht können uns nicht lassen mich gucken lasst mich gucken du dreckiger kurde nsg in die zone nsg in die zone nsg einfach in die zone bitte baue dich hoch baue dich hoch baue dich hoch baue dich hoch und fall runter ok 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 nein nein bitte hör auf doch bitte nsg bitte nsg spring runter spring runter ja aber sie gehen es ging kommen ich bin ehrlich ehrlich von 1 bis 100 ja 1 bis 10 von 1 bis 10 85 1 bis 100 sage ich erlaubt scheiße ich bin tot ich hab dir nicht abgekuckt oder so nicht dass du denkst aber vielleicht eine andere spitzsacke sogar aber sonst die spitzsacke ich hab du weißt du welche ich hab ich weiß gar nicht ja irgend so ne rot hast du spektralacke ich hab' le Tempel Flamingo 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 wie killst du mich digger er hat 2 hp maximum ich bin der beste spieler jungen du hab'n gegeben wer hat du bist schleeecht du bist schleeeeecht ja man schieß ihn runter du bist du schleecht du bist schlecht ich bin schlecht Prozent Prozent und abgleichen eine Sorte zu betrachten vorhanden die 1 der Mann nein die andere die Wannschäße er hat er sich glaubt was sie müssen überarbeitet anders und trotzdem was sagt ein kleinerer Schmerz aber er hat sich weiß und du bist so nichts genau nein ich kenne alles habibi weil ich meine stelle ich mein billow macht ihr euch kein kopf ja erholt fg raus der werter pg mein gott ich konnte nicht wollen das war mein geld hat er mich nicht gut ich wollte gefallen ich meine warum posten fahrt abgeladen schmerz ist gekommen wie du spielst jörg ich kann auch die spitze was du noch und Ahhhh x6 ja, hast du miał, miałb manners kennste das? Mann, aber verstehe das ja geil Gott, wer es ausspricht ja geil ja geil Ey, was ist das? was hab ich gemacht? Pummes Pummes oh się wenn wir wollen können wir gleich laver mode zocken du musst ein bisschen flüstern das bock ist mir er gibt mir der beste spieler das ist ein bisschen flüstern das ist ein bisschen flüstern das ist ein bisschen flüstern mich aber los hier habe ich diesen einzigen dann habe ich mein kopf gespielt das frau und denkt ja mach mal nee dicker warum habe ich immer feitschirme Nein, ich bin so schlecht! Oh mein Gott, Digga, ich hab noch nie so schlecht gespielt. Ja, er hatte 4 HP, der arme Digga, ich fixe dich. Hä? Hatte ich 4 HP? Du hattest 4 HP. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, eigentlich war das schlecht, du hast Glück. Was, das ist auch nicht. Nein, war nicht Glück. Aber halt, ist so krass. Das war gut. Das sind diese Ghost Eggs. Ghost Eggs, Ghost Eggs. Ey, findest du, findest du Devon gut? Ja, er ist schon gut, aber... Ja, aber er hat einen besseren Vorteil. Er spielt auf dem Monitor und hat einen Scaff. Also, kann man das zu dick sagen. Junge, warum Digga, nur weil er was besteres Dings hat, heißt es... Das heißt doch nicht, dass du und, ähm, das ist automatisch heißt, dass du nicht besser sein kannst. Ja, aber kann besser sein. Aber guck mal, er hat einen besseren Vorteil. Etwas smoothen dann. Ja, und trotzdem. Er hat einen Scaffa. Ich bin auch besser. Ich bin auch besser. Ich bin auch besser als, äh, Lennart. Und er hat auch einen Scaffa von Monitor. Er erlerts lost. Warum kann ich manchmal nicht bauen? Das fack mich manchmal echt ab. Ich mag Pommes! Ich hab's nicht runtergekommen Ja, ehrenalterским, bow'm bitte oh mein gott oh mein gott ich bin du hund aber wenn sie mich an auch 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 Oh, diegache. Jiu-Jiu Jiu-Jiu manche ich bin grad fast gestorben nicht heide bis mor Wir werden Champion Meister, feine Batsche, und alles. So verdient ein, oh mein Gott, du könnest R.S. leken! Ey, Junge, warum nicht? Du hättest mich nicht getrappt, wenn ich es nicht so gelaget hätte, by God. Ja, ich hab dich getrappt und dann noch mal ein Pump hätte gegeben. Ja, aber das hättest du nicht gemacht, wenn es nicht gelaget hätte. Hätte, 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 Fahrradkette nicht. Er sagt, hätte, 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 hätte. Junge, ich hab mir auch von dir versprochen. Hätte, hätte, hätte. Du bist ja Türke. Junge, Alter, warum bin ich immer oben? Nein. Hä, haben wir so, Acker? Warum ist schon, John, ist auch, äh, Arab, oder, ist auch auch Arabisch? Ja. Hä, warum fatt, aber, äh, weil er Araber ist, heißt nicht, dass er fasten muss. Ja. Ich hoffe, ob ich jetzt sag, ist egal. Digga, bei Gott ist schlecht. Oh mein Gott, ich bin zu... Und dann, oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil, das hat aber Spaß gemacht, die Runde. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Junge, ich bin einfach runtergefallen. Ja, hast du auch geschafft, äh, Enders mit zu schießen? Nein, ich hab, ich bleib, ich hab einen Sniper gehabt, wollte es ziehen und bin einfach gemessen. Ja, warum nicht? Ey, das war ein bisschen. Ich weiß. Ey, lass uns danach das Wort spielen. Lass mal nicht. Aber es war nicht. 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 Sag was, das war, dass ich ganz. Hey, hast du, äh, Träumafüßer. esa. Da bist du? Das, wenn ichannya habe, träumer dich. Das war so, das war so noch nicht, was denn hier drin ist. Was du? Und schon mal. Was du an das über examenst? Ey, alle auf der Loppe, er hat Bogen. Was? Ich habe noch einen An-M Obriglichkeit und coincides. Es ist kein An-An behalf zur médite Kinse. Ja, wir so nennen zu Matschkvlak z quick明 printers und sie. Wenn ich die Lohle, dann bin ich der Beste, ne? Warum reichst du mich an? Das verstehe ich nicht. Oh mein Gott, warum ist das? Ich f*** dich! Er ist so low! Ich bin der beste Spieler der Tape. Er hatte 22 AP. Oh mein Gott, wie so schlecht! Der Richtige, der mich angreifen, ist trotzdem noch verkackt und pampelt. Problem ist jetzt nicht so schlecht zu tun. Mach klar! Der einzige, der schlecht ist, ist ein Zahnarzt, aber wäre auch nicht. Äh, der war so unlüssig, ne? Hä, ich mich ernst. Hä? Ich mich ernst. Als ob du diese Tarnung, äh, äh, Herausforderung für die Tarnung gemacht hast. Ja. Äh, ich hab schon unzahnt. Boah! Man ist so krank! Okay, Jalo! Aber egal, aber du musst nicht. Das Problem ist, Hamza's Ehre habe ich genommen. Das Problem ist, Hamza's Ehre habe ich genommen. Das Problem ist, Hamza's Ehre habe ich genommen. Guck mal, es leckt wieder. Das äh... Komm, wie immer du. Es hat gelegt, br... 60 AP. Komm, leck, es bin ich schon wieder so wie Hamza schlecht. Spaaaaaass. was ist das was meinst du noch mal für den tanz ich guck mal kurz treuer füße träume füße jungen endes hat der füße er hat keine träume füße der im job ist kratz dann bist du doch warum gehst du noch nicht ich stehe am ganz äußersten punkt janin du kannst da nicht mehr er war so hat geredet ach so träume füße man er hat sich getötet oh mein gott ja man warum ist das so verbotten ich mache die musik hoffnungen schwör er hat auch nur wer hat das beste in der welt ja zwei botten und klären bei gott es hat schon wieder du bist so schön ja ach so das kenne ich ja da kommst du scheiße den wollte ich mir auch noch holen nein ich bin tot hey ich bin gewinnt ey was das warum ist das so nötig mach wenigstens auf erneut spielen du bist Junge warum mach die nie auf oha das klingt komisch mies oh mein god nein ist nicht es muss immer nichts genau geben aber ich weiß nicht feier dich nicht feier dich nicht feier dich nicht feier dich nicht heizmode korde Spaß er sagt korde 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 nein ich hab korde gesagt korde korde bist du in da korde 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 Oh mein Gott, was? Er weicht einfach nicht. Er weicht das Ding, den ich rumkriege. Gibt's noch einer mit der Koffen vor? Er wird der Koffen. Ey, nein! Ja, mein Digga. Da drauf! Ja! Naaaaa! Ey, er hat 120 Klee loskutzt, dann hol ich euch. Was? Ich bin sowieso tot, Digga. Du siehst, das ist mein 90s. Guck. Es kommt nicht. Ich konnte einfach die auslösen. Zeig mal gucken ob ihr hängenglärtet hattet. Ich hatte ja eh hängenglärtet. Soll ich mal den Scan holen, Delo? Einmal noch, dann nach Squad. Soll ich mir den Scan holen, Delo? Weiß ich nicht. Können wir alle alle Partneranlog machen. Ich hab keinen Bock auf den. Sieht aus, die Stormtrooperin. Wir machen es so. Äh, ich wusste keine Füße. Oh ne, doch egal, egal. Ist egal. Ach, du sagst. Wollte ich sagen, du musst mir keine Füße geben. Dafür holst du mir. Träumer Füße, wenn er reinkommt. Oder bis er reinkommt. Ja. Also irgendwas. Immer auf mich geht der Hund. Was ist das? Da halt. Du kleiner Ehrenloser. Ich hab' nicht genug getroffen. Was ist das? Okay. Ich hab einmal noch... Ich weiß, soll ich mir den Skin holen oder... Gibt's überhaupt noch welche? Welche Skins? Wo die geil sind. Dillo, kennst du irgendwelche 800er Skins, die geil sind? Eigentlich nicht. Kommando? Oh mein Gott, ich hab's genommen. Lass ich machen. Wahrscheinlich hab's genommen. Verlassen. Ey, Dillo, kennst du auch den guten 800er Skin? Nein. Aber nicht! Äh... 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 Das saved der zweite Skin. Guck mal, äh... Bei Neuigkeiten. Bei Neuigkeiten. Ey, warte, lass mich ein. Dillo, was denn? Äh, bei Neuigkeiten. Lade mich ein. Nein. Lade mich ein. Äh... Spaß. Dillo, kennst du einen? Äh... Äh... Ich weiß auch nicht, ob ich mir hole. Ob ich mir holen soll. Was ist? Spiel dir egal. Ey, welchen supporten Creator-Code habt ihr drin? Ey, w- K. Schau, John Brock. Mama, ey, w- K. Sammy, Junge. Grill-Teller. S- 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 Ja, warum? S- 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 gut geht einfach nicht mal wieder vorbei das hast du schon wieder meine talung ist nicht beliebt geworden sein tag und sky ja ich war ja die verheirat ich weiß wie er die benutzerstraschung an jeder ich hab dir leider nicht hast zum glück hast du dir geholt und nicht diesen anderen zieler aus taxis genetzen fast oder oder ein von diesen ganzen die gesamte schweißen ich glaube schon mit den skammel ins gemäscher jungen die sommer jetzt was geiles wieder machen ja voll langweilig vor einer grad bei gott dieser vokan und vor allem war ja komplett los hat das spiel komplett gefickt wenn man selber hat das geil aber wenn gegner hat ja man da eine scheiße ja okay ich gut oben ich gehe unten ja wenn das kommt auch einer noch mit aber der ball kann es reingehen ich brauche hilfe heil komm mal schnell rein muss mir muss mir wer muss zu mir ja ich komme ich kann so mit geistern zu kommen damit die musikin er sagt mit geistern ja wie er schreit nein 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 handelila wir schaffen das wir haben keine nachschöne 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 ey mann alter was macht ihr denn ich hatte keine waffe ja okay ganz besten packen ohne waffe digga achten über die über die hier ich hatte die torme ganz überall ist hier wieder rausgeleit wenn man sag doch dass er da drin ist wir machen so du musst mir keine füge geben aber träumafüße wenn er drin ist was du musst mir keine füge geben dafür holt mir aber träumafüße da ist gar nicht im shop den den alex hat ja das stimmt wenn ich genug wie wirks ab ja ja dann lieber nicht doch doch nein wird die überschritte überschritte so wie indien sobald ich schätze also arabisch so ein bisschen arabisch machen ich weiß es machen immer diese es macht die das macht sturm trooperin benutzen wir gucken videos er was macht ja leben kinder garten seine freundin suchen was macht ja leben kinder garten ich bin es nicht genau dann wenn du sagst erinnert auch wenn es auf einmal aus wenn er die jungen den löser und auch noch los was damit warum spitzend schon mit der corner in die sky kann er noch nicht mehr als einleitenden mein meinstig kann ich gar nicht egal sein aus wie schien die schwarze es kann doch egal sein dass mich schon ich habe ich gut schule überlegt wird wird aussehen spieler bisschen will das schlimmer bisschen springen warum und so gut das gesehen ja ich finde ich kann ich immer nur ein weiterentwickelt mit sensi babbel sind wir drauf erzählen wir sind das war nur spaß zu wichser spaß war nicht war ich halt jetzt mein kopf nicht ich warte bis bettepass mit 800 wie wachs und wenn man mit träumer füße 50 kostet so einfach geht das jetzt nicht ich bin ich kann nicht mit controller spielen einfach ich geb ihn 20 so ein elm digga knies einiges weg einiger verpiss dich doch was das ist ja guck mal zeig mal dein Pflügel er ist ein Youtuber, ne? er hat Ruki ein Experten und so er hat Renekle inshallah wang a wang a wang a wang wang a wang a wang a wang a wang a wang a Bellash juice ach so oh my god ey spendiert mir irgendeine Rot-Ritterin? ja man Digga, ich kaufe die direkt Sir, du weißt nach früher plansche.. rote ritterinnen Junge Noanche Si gib mir mal versprungen Ja, Dillo, wie viele V-Bucks hast du gerade? Zwei. Ella ist alle Fußball-Skin nehmen. Wie viele V-Bucks hast du, Dillo? Ey, ich habe auch eine geile... Äh, zwei V-Bucks habe ich. Ich habe auch eine geile Dings jetzt gefunden. Wartet mal. Lass mich die mal euch zeigen, wie es geil ist. Lass mich die mal euch zeigen, wie viele V-Bucks haben, wie viele V-Bucks haben, wie viele V-Bucks haben. Ja, 475. Ey, schaffst du es heute noch, 25 V-Bucks zu machen? Nein. Red mal. Nein. Warum? Komm, er hat was mit dem Kopf hergemacht. Muss ich meinen, das hört sich nicht. Er macht immer seinen Kopf. Nein. er ist im auch untertrikot ich war ja es aber nicht egal ja da haben sie er hat es ein besseres im kombi nein guck mal ist die nicht geil die hab ich heute erfunden so die kümmer ist meine scheiße Passe Pukka, I wanna go to make it wild Boitie, buddy, geh nicht rein, geh nicht rein, geh nicht rein, geh nicht rein Relax, you fucked it up, you missed it up, shut up Heide, mach jetzt Dillo, mach ein anderes, Ennis, nehm auch über das Trikot, los, dann machen wir es Warum? Ja, okay, komm, heide, heide, warte Warte, was ist das für ein Trikot gewesen? Schweiz Das ist die ne? Ja Guck mal, guck mal, selbst die Frau hat Seiten auf Ziffer Ach ich mein' ich hab' Seiten auf Ziffer gerade Hey, wo hab ichіл jacket? Ich hab' Seiten in Ziffer Ey mü...schright Dicker, Dillo, machst du...äh... Hamzau, machst dumal halt? Nöööööööö deste Guck mal wie hessig ist mit Dillo, wie 콩ää alpha Dillo, guck mal, wie hättest du jetzt bei Enid aussieht. Keiner kleinen Schild. Oh, mir wäre schön, Alter. Jetzt könnte ich passen, Digga, wegen dem Wissen. Lass das. Warum habe ich mich jetzt doppelt? Schon. Ja. Schon. Ich kann machen, wenn du willst. Ich mach für ihn. Nein, nein, Ilya kann ich machen. Oh mein Gott, guck mal, was er labert. Ja, ich wollte nur netzen können. Hä, die Sense ist voll klein jetzt. Die Sense ist geiler. Jetzt, Ilya. Hä, die Sense ist voll klein jetzt. Jetzt, Ilya. Die Sense ist voll klein. Was ist das schön, Skin? Äh, für ein Account? Ach, das ist das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da haben wir gemerkt. Geschenkt? Geschenkt. Ja, okay. Was hat er bekommen jetzt? Wie, ich dachte, Geschenkt? Wie, ich dachte, Geschenkt? Wie hat er gespreut? Wie hat er gespreut? Wie hat er gespreut? Was hat er bekommen, Hamza? Was ist das Geschenkt? Ja, Ilya, was soll das? Aber nein, das war... Das war nicht, das war nicht, ich höre bei Gott sogar so nicht. Ähm, ich kann nicht... Hamza, was bekommt der? Ähm, ich kann nicht... Ich will machen, aber äh... Der Dachter bekommt einen Account. Ich verhindere keinen Spaß. Und am Ende muss der nur Aufgaben machen. Ilya, fick mir die Daten, ich mach echt viel. Aber auf Schluss, auf die Aufgaben, ich weiß nicht. Ja, ne... Ich hab nichts dazu bekommen. Ich hab' nichts dazu bekommen. Ich hab' nichts dazu bekommen, ich hab' nichts dazu bekommen. Ich hab' nichts dazu bekommen. Voll, voll viel Aufnung gehabt. Ja, ne, wirklich... Wirklich... Ja, guck mir... Nein... 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 Mein Gott, wie gar... Ich darf das nicht... Ich darf das nicht... Ja, Mann... Ich darf das nicht... Okay... Und jetzt fick' nochmal den Kopf mit. Warum hat er aufgelegt? Weil du so weiter so aufschenkt? Warum hast du mich denn doppelt immer noch? was haben wir gemacht? ey stumm nicht mal Dolo Hamziere! gib deine mutter du Bastard du deine harte mutter du bist hier und Hamziere! Dolo stumm nicht auf Hamzi Ey er hat geschenkt? Er sagt ja den hat sich so gefreut aber er hat sogar einen hä? bist du denn? er hat sich als Flache verzneift bei Gott auf einmal er sagte nein du musst du hause Hamziere habe ich schon verhindert ich wusste auch dass er den gemacht Kass Sein Lüge, na guck mal er sagt direkt geschenkt Oh mein Gott und dann am Ende sagt er auch noch ja er schick dir gleich die Daten er freut sich, er freut sich Hä? bist du? Nein, ey du musst eine Aufgabe für mich machen Jaja, ich tauscht ihm mal weg sogar an Stumm nicht auf Handy Wo wird der Aufkick? Stumm nicht auf Handy, los 2-2, ich möchte dein Gesicht nicht sehen du bist hässlich Tja, sagst du, du kleiner Kodo Lass mal anderes Skin kombinieren, äh, anderes Skin Erinnerst du mal irgendwem? Ich nehm ihn ausgehen Ich nehm ihn ausgehen Ich nehm ihn ausgehen Ich nehm ihn ausgehen Wasja, Momai, I feel what you die Oooooohhh Junge, halt, Schmauel Ich nehm ihn ausgehen Ich nehm ihn ausgehen Hä, warum ich? Baby, you want me? Das weiß du nicht mal Das war was du, das war was eigentlich Baby, you want me? Und we will Larry's are JJ Blieeeee Hääääh 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 Sing Hääääh Sing Hääääh Du hast einen Platz, er hat sich gerade eine Stunde, er macht weiter, du kannst dich gar nicht mehr. Der erste kann man damit sitzen kann, es macht eh, dank, dank, auf mein Kabel. Na, 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 ja auch dein Vater. Du hast mein Nack geht. Du hast mein Nack geht. Du hast mein Nack geht. Ey, ey, und seit langer Zeit, ich muss sagen, dass dein Leben lang auf mein Nack geht. Aiaiaia. Du hast mein Nack. leute noch vier stunden einfach weil es macht das ist warum der anmacht er macht volksmusik der kurdische musik ja und du bist lustig fettzack alter fettzerbär kordische kordische jacob 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 du mix chinesisch und deutsch oh sag ruhig du gartenzwerg deine fresse alter redest du gerade mit deinem schwanz oder was gar nicht doch gar nicht die geehrte kacke im mund manchmal immerhin mehr als du witz hab so bock auf diese suppe ne ennis wen findest du besser von mir hamza oder mich ennis was hast du mal gesagt ich hab dich nicht verstanden wen findest du besser mich oder hamza ähm ähm jalo das war ja so schlecht und wer findest du hat besseres aim ich und wer denkt du ist lustig du nicht ich weiß du aber jetzt denkst keine ahnung ihr habt beides gut sehen aber trotzdem nicht so besser ihr habt beides gutes aim er sagt ihr habt beides gutes aim redet erstmal deutsch so ihr habt beide gut ihr habt beide gutes aim ja aber wer hat besseres darauf mal wen aus boah scheiß es gab nicht ich glaub dillo was dillo oh mein gott wenn das aim so schlecht ich schwöre auch wenn ich ja okay hamza du musst eine ehrliche meinung halt sagen ja 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 ich bin doch besser auf müssen hey ich kann mich sagen ich kann mich sagen ich kann mich sagen digga sei dick wenn man dich halt wenn ich ey t jo land deutsch bitte warum ich kann kein deutsch ich hab kein deutscher pass ich bin nicht hier geboren ich kann deutsche passen doch hab ich ich bin so schlecht schnell da hol ihn doch oh mein gott junge du klein und du die digga er ist so richtig schlecht du bist richtig schlecht da kommt noch welche ja zum glück wurde hamza gewonnen hamza find ich die noch ich hab Bock auf sauren dings hamza hat zwei mehr er reviviert sein teammate oh er warte ich nämlich rot warte nimm doch erstmal mein ding oh mein gott oh mein gott hamza wurde gefickt hamza wir machen jetzt ein 101 wer besser ist ich hab keinen bock mehr dass du sagst dass du besser bist und was hat christian gesagt konnte er jetzt oder nicht sie hamza ci am mei hey jaja ein eine dann lehrer l den du ich weiß Afrika von uns. Wer ist Kylo-Way? Ne, wer meint der ist gar nicht online. Kylo-Way, dieser YouTuber, der gegen Apokalypto geschossen hat. Also Apokalypto. Ey, Hansa! Wir machen jetzt 101, damit du nicht mehr so frech bist und sagst, dass du besser als ich bist. Na los, du können... Sehst du, ich tisch ja ihn auch. Mich? Ja. Du bist das Schlechtes von uns mit, ich will gegen dich besuchen als die Hals machen. Doch, doch, du hast nur Angst. Ja, ich hab Angst vor dir, sorry. Er hat Angst, dass du nicht aufisst. Mensch, Spaß. Spaß, Spaß. Spaß, Spaß. Wie meinst du jetzt, Gott? Junge, sieht Hamza so aus, als würde ich ihn meinen, also wegen Aufessen. Achso, Aufessen. Ja, Aufessen. Ich kann nicht, ich kann nichts essen. Deshalb geht's nicht. Ich schweiß immer rein. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Warum? Ich will mitmachen. Ja, aber wir machen erstmal 1-1 und du störst, sorry, aber trotzdem. Nein, stören, ich baue da ein bisschen, okay? Nein, du baust nicht, wir wollen bauen. Oh, wie du kein Vertrauen hast, Peach. Spaß. Was? Singo, so ein geiler Pako, ich mach da einfach so ein Pako, okay? Nein, du kannst doch auch uns auch zugucken, aber... Ja, warte. Ich glaube, er war markierter. Ich... Hallo, 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 alle bei der Geil, aber die kommen mal auf... So, komm. Dello, ey, ich schwör auf die Paysafe diese Woche. Enes, du kannst, du denkst, nee, wir haben uns darauf gehalten, dass du den Tanz holen. Du hast ja noch nicht draufgestellt, du hast ja noch nicht draufgestellt. Du kriegst keine Paysafe. Und ich hab gefuckt. Ah, jemand nervt mich, Dello. Du kriegst keine Paysafe. Ah, scheiße, jetzt hab ich das Ding gemacht. Ja, ich kann meine Skatour nicht öffnen. Ah, jetzt. Du, keine Hunde, so. Hör mal auf. Ja, okay, Dello ist besser. Nein, ich bin behindert, ich hab was falsch gemacht, sorry. Er sagt, Dello ist besser. Du weißt gar nicht, wie ich den Gold hab, du Spaß, ey. Lutscher. Ich öffne gerade meine Tour, Erhol, komm. Ja, ich kann wieder nicht öffnen, Digga. Nein, wir spielen noch nicht dort, wo, äh, diese Charalo. Wechsel mal Team 3. Schlipp mir wieder mal hin, wir haben sie. Du kannst uns zuschauen kommen, oder du nervst mich. Okay? Auch nicht reden, auch nicht reden, bitte. Please. Es ist nicht schlecht gemeint, es ist nicht böse gemeint. Aber bitte. Ah, ich war lustig, Lowe. Nein, nein, blaue Pamp und blaue, äh, äh, denkt. Und, äh, blaues Gar. Äh, äh, hübsches Gar. Hör doch auf. Junge hör doch auf, du Mist gewollt. war schon besser als so na scheiße wenn man einfach so geholt wird haben wir jetzt entwickelt ja warum ey man blaue pump episch ist gar nein ich mal damit mach ich bist so dass ich heiße wollen ja daran merkt man dass du keinen aim hast weil du nicht weil die nummer nach schweißen es ist ehrlich richtig schlecht so nein nein hier ist mein spaß aber trotzdem wenn man warum kannst du nicht mit der smg spielen ja doch ich kann mit der smg spielen ja ich bin jetzt brauche mal zwei episches gas bitte ok ich hole zwei blau pumps da habe ich schon mal ne maschinenpistole mit nein ich bin mit maschinenpistole ist mir scheißegal man nein wir müssen das spielen dass er mich holt damit er wieder ip bekommt am ende denkt man du hast ein kill aber du hast aber nimmst du es gar nicht so kommt dann werde ich bei dir du bist so eine was hast du mit christian geschwillt blau pump blommest du bist ohne stunde oh nein keines gar keines gar mann ey warum höre ich eine schüsse ey ne schieß nicht ey was denn wir hören deine schüsse kannst du einfach gar nichts machen komm mal jetzt einfach zugucken bitte oder ich bin ich bin da bei einer insel drin ja aber wir hören trotzdem deine schüsse halt ein bisschen reingekommen er ist nicht hier denn die insel ist näher nah wegen einem bug ich habe so verkackt blä Anyways aus dem kan was Ich weiß nicht, was ich verstehe, was ich verstehe, was ich verstehe. Ja, hab ich grad über die Hälfte gesprochen. Ich hab über keine Ahnung geredet. Junge, Alter, lass mich mal hier raus. Ach so, er hat einen Hälfte drinne. Fettzeug, Alter. Ja, Bootschnur hoch. Kannst du gar nichts kaputt machen, was mit Puschen? I'm so back! Endes, verlass die Dings und komm dann wieder rein. So, okay, ab jetzt geht's jetzt. Bis wann? Bis jemand? Oder lass einmal bis 10 machen, okay? Er sagt bis 10 mal, bis 978, äh, bis... Nein, nein, damit wir am Ende niemand sagen kann, so wie beim letzten Mal, als wir das 20 gemacht haben, und ich gewonnen habe, damit niemand sagen kann, ja, zählt nicht, dies, das. Okay, okay. Sorry. Warte, 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 warte. Ich muss meine Jacke ausziehen. Du kennst auch diese Hareket. Wenn ich meine Jacke ausziehe, bin ich auch immer ein Ninja geworden. Komm, gleich, wieder schrönen wir kotzen los. Ja, los, geht. Ich schröne kotzen los, gell. Oh, shit, Digga, können wir neu anfangen? das meine ich ja nächstes mal bitte kein anlauf ja okay aber jetzt ja mein gott ja komm nicht runter was ist denn los getroffen Was? Nicht, nicht. Na, GG. Ja, haben sie das besser, komm. 1-0. Hallo. Ja. Schmält euch jetzt, Hansa. Dello, kennst du das? Dello, kennst du das? Kennst du das, weil du hast so Treppe gemacht? Und dann, äh, hast du den schon geholt, den Typen. Und dann, äh, hast du den schon geholt, den Typen. Und dann, äh, hast du den schon geholt, den Typen. Und dann musst du wieder auf Wand machen. So ein Reflex. What? Guck mal, du, wenn du jetzt hier auf, äh, so bei mir kreist. Und dann zum Beispiel auf L2, so für Treppe. Ja. So, du baust jetzt bei dir und halt mit ihm, hier mal so. Hier, Kult in deiner Wände. Auf einmal ist dein, wenn du auf Kreis gehst, bist du auf Treppe. Kennst du das? Wie? Ach so, du hast ne. Guck, er macht nur ein. Nein, deshalb ist er immer schneller rum. Naja. Du. Er benutzt doch selber ein. Naja. 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 Dann baue ich aber so grad für den Müll. Falsch mich auch gerade. Ey, warum hab ich auch mal Emot, Digga? Ey, jetzt lag der Müll, Digga. Das hat bei mir grad auch gelag. Ja, aber es hat schon wieder gelag, Digga. Naja. Hansa will ich pickaxen. Ich schaffte auch jetzt. Aber es ist nicht schwer. Bei Gott, es hat wieder gelag. Auf einmal habe ich so nen Hit bekommen. Ja, ist lächerlos. GG. Komm, wir haben das besser. Komm. Das machen wir alle gegen alle. Warte. Wir machen bis 10 NS. Tschüüüüüch. Was kommen lange drauf? 33 hat den Digga, geil. Ja! Lecker Schmecker. Ja. B. Ich hab da nicht die FPS. Jeder hat drei, jeder hat das nicht. Ach so, PZ, ich will. Hedler doch. Ach so, ja. 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 Ich weiß nicht, dass du dich löst. Guck dich gehen. Oh, ja. cych auf die Rücken, up and down, nächst du oben gekommen. Wie du kalten den Hуса? But du kennst die. snес. Ey, sommels! Ja? Ist Devon besser als du? Hä ja... Soll du A- Sige irgendwann drei, dass du das wirst? Nein, das ist ja nicht. Also Aim ist ja nicht so, also geht so. Aim hat er gut, aber nicht so, Baba. Was ist bei dir besser? Bei ihm? Warte mal. Was hast du gesagt? Was ist bei dir? Warte, 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 warte. Digga. Nein, es bauen halt. So, jetzt. Warte mal. Nee. Ja, ja, okay. Das Bound ist bei ihm gut. Warum fragst du eigentlich die ganze Zeit? Oder? Anso, das ist die Handfest. Nein, GG Digga. Ja, Mann, diese scheiß Treppe. Ich hätte, ähm, Pumganschuss anfangen sollen. Immer diese Ausreden. Okay, erreicht haben sie es doch besser als du. Noch, äh. Digga, shit, viel zu null. Aber eigentlich alles. Oh mein Gott, steck deinem was. Nein. Jetzt. F***ing drückend. Was ist das mal? Shit. Ah, GG. 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 Oh, ich komme dann gleich wieder. Weil, durch. Da geht es um die Kreditszentrum, Digga. Ich habe ja Mock ganz zu lange zu fliegen. Ich gucke mir, Piratsbeide. Willkommen zurück. Willkommen zurück. ja komm mal runter ja juju bat 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 warte ok nein was wie viel ap hast du denn noch sagst du komm mal egal ey es legt richtig ja du kannst du rovis ja nochmal ne 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 der ehrenloser kennt da unten machen die bitte schießt man nicht schießt man nicht ja richtig gelag bei gott hat richtig gelag okay geht weiter das ist doch die sprünge ja wo die ganze zeit man ja bei gott ok 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 ja komm ich runter ok ok komm ich komm ok ok Okay. Ja, die sie fliegt! Die sie! Lass mal das nicht stehen lassen und das drüben weitermachen! Oh mein Gott, 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 das ist Gott nicht passiert! Oh, nee, 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 komm! Schatz, wir lassen mich nicht da stehen! Komm! 3 runtergefallen Oh mein Gott! Ey, wir haben 30er Höhe! Ich zieh die Nein Gott Sandra. Segen Sieg gegen mich! Wir Jews. nein das ist spannend noch hält nein digga gar nicht ich habe ich habe gesagt ich habe vier ja 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 Komm, komm, komm. Komm an Widerstand, bitte komm an Widerstand. Geil, Digga. Ja, sieht aus. Ey, warte, ich bin jetzt mal. Komm an Widerstand, bitte komm an Widerstand ... hoch einstarbniejsze ... Wuh! Jahren! întertitel MDR 5 Wo bist du? Hab sie es? Nein, noch nicht. Ja, Digga, du bist so ehrenlos, wie er kämpft. Ich dachte, du bist low, ich dachte, du bist low. Du bist so ehrenlos, Digga, wie er kämpft, Digga. Kann ich es nicht sagen. Ja. Also allgemein ist es dann zu spielen. Ich sag, wo beide, äh, sagen, ich fehler haben. Ja, okay, sag du. Eins. Ich hab 80. Hä, was laberst du? Ich schwör bei Gott auf 1 HP. Ich hab 34. Ich schwöre. Ja, ja, 30. Ein Job zu pushen, ne? 1 HP, ich werd pushen, bist du dumm? Nein, ich mach Dillo. Ja, ne? Es ist da. Nein. Nein. Ein 40er-Jottinger. Okay, reicht es gerade. Es wird schlimm weiter nicht. Warte kurz. Da, da, da spielen wir wieder Runden, ne? Hä? Danach spielen wir mit dieser Sau. Nein. Warum? Danach spielst du das, what? Der Lava-Modus, oder? Ja, okay. Ich bin noch der letzte Kinn, entscheidet einfach. Kein Arme. Nein. 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 er braucht nur er braucht nur ich bin gerade auch die ganze zeit runtergefallen ich habe wieder neu starten bitte ohne anlauf oh mein gott man kann man kann decken aimbot ich bin runtergefallen und dann war ich oben um Oh mein Gott, Controller ist gerade unconnected, ich bin wirklich auf mich angewürfen. Ja, wo ich gehört habe. Oh, du schießt mit dem Controller? Nee, aber trotzdem. Ich muss trotzdem meinen Controller anlassen. Die Guys choke so viel, ne? Ja. Ja. GG. 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 du hast mich bitte da gekauft, guck mal, ich kacke so rein ja gg, wie viele kills? sieben, sieben, ne? sieben, 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 ja lasst einfach gehen, weiter machen, ich mach ja rein, kacke die konne war insane die kacke war zehn jahre Wir sind in der Hand. Haben wir, was ist der Alten? Ander? Was ist? Weiter geht's, weiter geht's. ja genau auf deiner höher Ich brauche noch zwei Kills, was ist denn hier? Ich weiß, was heutzutage ist. Was? Ich weiß, was heutzutage ist. Sohle. Achso, ne. Komm rüber. Da darfst du doch auch spielen. Der bockt richtig. Der Boden ist halt Lava. Ja, steckt richtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. wow super gg 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 c gg 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 Hä? Hey, ein kill noch, ein kill noch Hunter. Ich habe mich nicht... Ich wache? Nein, das ist doch mal. Und was? Jetzt schlau doch mal, wenn du da bist. Ja. Warte. Warte? Ja. Okay. Joa, Junge. Ennis, halt doch mal deine Fresse, Digga. Junge, warum? Digga, meine 90's, ne? Digga, meine 90's, ne? oh mein aim ist so kacke oh oh ich habe ich habe Das ist ein Mann, Alter. 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 Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. hat deine fresse was willst du gerade von mir digga ja digga ich guck mir zu ich kann dich verlassen los ich glaub was schmiel neu oder so digga du ehren uns auch wir waren im team spiel noch auf diesem modus was für diesen modus heiße sohle digga fick meinen kopf nicht der ist geil jetzt machen wenig rauskommen gerade in diesem moment kann ich jetzt noch mal schwicht erwähnten und sprich jungen macht doch ja ja wenn das jetzt noch drei stunden ja ist gut 18 uhr schmuggel heide macht jetzt dicke der tanz jungen joh-dillo was denn kack jetzt dich rein und verlaßt er labert ich hab ihn verlassen ich hab das spiel schon neu gestartet jungen was er laberst du ja ok nein nein los ja gegen die hause zu lernen ist was anderes was ist denn im spiel gespielt neu starten macht doch mal ich wende ich meine ich meine jetzt im vorten zu den endings das meine ich egal egal Jalla kommt Junge was soll ich denn machen Dillewald Kassem oh 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 ey NS Band ihn Band ihn Meld ihn ich hab mich mit ihm sofort Spieler Meldung Dillewald soll in sein Land wieder zurück und keine Faxen mehr machen Vielen Dank wie Enger Einkauf Heide jetzt mach Digger Junge aber mich einfach ohne Scheiß Boah so schlägst du mich so Ja Ach bitte mal Oh mach doch jetzt Sinne Hamza Dillewald Dillewald Dillewaldう Juhl! Ey du du schweiß ich... Ich hab einfach zu große Fresse, Digga. Let's go. Ich... Zu Recht hab ich kassiert, Digga. Aber ich sag euch auch ehrlicherweise, wenn ihr das erst in 20 oder 30 Minuten seht, dann haben wir zu 30, 40 Minuten. Ey, ich hab mir das... Ich stell mir jetzt glaube ich das Buch von Marcel. Ich mach die Marcel an... von Ermonte. Wie war... Was ist das für ein Junge? Junge ist Kuku 476! Junge! Mach das Schwimmel! Hellovan, Junge. Du bist so ehrenlos. Junge Hansel, lass du ihm. Ja, wenn du es schaffst, rauszuhren. Du bist so ehrenlos. Du bist so ehrenlos. Ich geh da rein. Ey, hier ist ein Buch. Hier ist das Buch für 13 Euro, Digga. Ach, 10, 100 Buch. ja er sich ich habe das denn du dort noch ich habe zehn euro aufgehoben es gibt nichts was man nicht verkaufen kann denn es ist schön zuzugucken deswegen ist er hat immer noch nicht gestartet oder eines ja verlassen dass man startet nein es ist so dumm es ist so dumm verlassen ja 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 du bist zu ehrenlos verlass jetzt ey ennis kannst du jetzt verlassen ennis ja kannst du jetzt verlassen nein geht nicht ich dachte du hast neu gestartet ich starte einfach jetzt mal zur ehrenlos ja darauf habe ich gewartet jetzt habe ich er hat wendet hihihi hä bist du behindert einfach dass du gewartet hättest du wärst jetzt voll du wärst jetzt zu dein deutsch so perfekt du wärst jetzt Hamza, lass mal Duolo, er braucht zu lange. Nein, nein. Komm, Spaß. Doch, doch, lass ehrlich. Nein, nein, ich bin nicht so dreckig akkorde. Deine Friss, du fette Missgeburt. Ja, ja, ja. Es geht so. Jeder nimmt den Skin, den der andere nicht hat. Schwarzer Ritter. Nö, 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 nö. Ich will auch Schwarzer Ritter. Spastikus. Ich habe No Skin genommen, damit ihr nicht wisst, welchen ich nehme, die Behinderter. Nein, hast du nicht, du hast No Skin genommen. Ah. Los jetzt, du lo. Ergut. 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 Ich bin Edis. Mein Mund ist schauf. Und groß. Und so. Was ist das für ein Hund auf deinen Rücken, ja? Das ist der erste, das Ende. Ich will Dings auch haben, Mann. Ich will Rote Ritterinnen haben wieder. Ich will Dings auch nicht auf den Bogen auf den Bogen. Ich will Dings auch nicht auf den Bogen auf den Bogen. Dello, 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 Dello. Dello, jetzt, ey, guck mal, Hamza, ne? Immer wenn er dich mehr spricht, zieht ganze Freundes auf. Äh, Georgi, Georgi, Sade, Enes, sag ich nur noch ganze Schule. Frau, äh, nein, Frau Hussin, äh, all die Kode, äh, ha, war, 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 war. Was war das gerade für ein Lied? Ähm, ich bin gerade allein. Ich bin gerade allein, ich kann nicht schlafen. Achso, ich dachte, er war wirklich schon allein. Ich bin gerade allein, ich kann nicht schlafen. Guck ihn doch mal an, brah. Guck ihn doch mal an, brah. Mit dem Ding mit meiner Mutter kann ich nichts mehr anfangen. Boah, deine Reime sind schlechter als ein... Oh, scheiße, Mann. Dings. Äh, 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 Enes ist zu fett, wir müssen sogar Gruppenkeile spielen. Hä? Hä? Immer heiße Sohle jetzt an, heiße Sohle. Junge, heiße Sohle, steck dich, schieb ich dir rein, alter. Wenn du's kannst, dann mach. Heia, heia, heia. Oh, geil, Mann. Hm, very nice. Oh, muss ich mir jetzt hau? Sohle. Er sagt very nice. Junge, ich will nicht ziehen, mach mal heiße Sohle. Hat deine Fresse. Hör auf, dich zu beleidigen. Habt ihr mich verstanden? Ja, sehr eh so. Hamza, du hast ihn? Na mal, Junge. Geil. Zum Aleikum. Oh, deine Mama ist da. Heide, Yalla. Ich komm nicht wieder. Das war Ende. Ach so. Ha, 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 ha. Das kommt zur Halle, Mama. Fettsack, warum bist du gegen... Guck mal, wo ich... So. So lustig. Ey, was heißt eigentlich LTM? Was hast du hier? Einige Team-Modi, zu denen auch Groß-Team-Modi gehören sind. Ich hab dich sogar ein paar Mal angerufen. Was? Was? Wunderbar. Ich hab dich, nur schnelles... Ich hab dich, überrascht. Ja, ich hab dich, beeinflusst. Ich hab dich nicht mehr selten. Ich hab dich, dass du noch nichts vermisst. Ich hab dich, wie nimmst du für alles. verletzt coolst. Ich habe dich, immer wieder auf telefone. Ich habe dich, ja. Ich bin nur noch gut. Ich hab dich, zusammenge treated. Ab dem Tag zählt er das weg. Stimmt auch wieder. Sollen wir das mal auf der Karte machen, man. Die sollen das auf der Karte machen, ne? Komm, presentieren. Present card. Das fand ich Spaß. Guck mal, jeder hat's gemischt. Du bist ein Bully. Bully, Bully, Bully. Jonas, komm stream. Jonas, geh mal in meinen Stream und versuch mal was zu schreiben. Jonas Amiri! Mal, halt deine Fresse, Alter, sei Jonas Amiri. Oh, er beschützt seine Frau. Zu viel, halt deine Fresse, ich fick dich. Wie denn, wirst du keinen? Oh, 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 oh. Komm her! Ich bin grad allein, ich kann nicht schlafen. Vergebnis, Hayat. Ich bin grad allein. Oh mein Gott! Oh! Nein, ich spiel heiße Sohle. Bock mehr. Ich schwör Bock mehr. Was? Ja, ich weiß. Oh, Dillo ist so sch... Willis lost. Junge, Dillo, geh doch in den Links... Geh! Mal, ich höre nicht! Hallo! Junge, lass mal heiße Sohle zu schreiben. Hey, Dillo, 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 Dillo! 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 Wer hat diese Musik? Ich stimme euch jetzt. Dillo! Dillo, das sind wir. Dillo! Dillo! hörte ich herzlich denn los los wenn jetzt ja so ich ehrenlos ja ehrenlos naja lasst so Allein, ok? Ja, dann verlassen. Nein. Ja, ok. Moin Jungs, Moin Jungs, hol deine Karte. Jaaa, meine sofort, Digga, meine! Du kannst deine nicht holen, du du liebst! Ich hab sie los! Ich hab eine NS-Karte! Ich hab eine NS-Karte! Ich hab eine NS-Karte! Ich hab eine NS-Karte! Naja, eine keine Shop! Ich hab keine Raffe, ja! Ey! Salam, Salam! Jonas kann wieder schreiben! Wollchen, Jap! Ey, Dino, ich komm, warte, dass ich noch ein bisschen bis gleich! Forrest Geist! Ey, Jungs, bring das doch jetzt mal an, Digga! Was nervt ihr jetzt schon? Nein, ich bin heißer Solo! Ist besser, Digga! Mach mal an! Deine Fresse! Ey, Jalla, warte, Hamza, komm, ich will nicht! Ich hab sie angefangen, als sie klein war! Ihre Eltern Platze versäubt sind, bekamen die ersten Meter auf Freirat! Alles war gut! Oh, 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 oh! Ja, okay! Kick mich! Ich erwarte, zur Schule zu gehen! Hey, mach, Hamza! Jonas sagt Hamza! Ey, mach mir grad Essen, Hamza! Ja! Ich hör alle, da war in Ausflug, den Ausflug! Die Polizei wurde direkt alarmiert! Ich konnte mir nicht machen halt warten! Und das ging dann noch ein paar Jahre! Jeden Abend, wenn sie ihn sei lang, kann ich nicht mit dem Kopf! Und meine Tochter haben! Und dann kommt die Nachricht! Hallas! Die ist tot! Leila wurde totgefunden! Im Keller von uns war ein Hundesohn! Voller Wut für der Haarstatt, Vater erklärt diesen Huren so nackt! Fert für die Handlung! Wieder gerade nicht schweig! Aber nur dieser Huren so nackt! Er gibt deiner Frau einen letzten Kuss! Steht auf, weil er Wut wird die Gang nackt! Das ist für Leila! Bam, bam! Er! Leila ist tot! Mutter schon nur noch alleine! Das ist der einzige Grund, warum sie nicht von der Brücke schwingt ist! Das ist für Leila! So, fertig dich doch! Das ist für drei Jahre her, das mit Leila! Oh! Irgendwann nicht geweint hat! Er hatte drei Jobs putzen selbst in der Nacht, damit Leila's leiner Bruder Jusie was zu essen hat! Ich will ihn da sein! Aber trotzdem hat er sie mitgenommen! Oh Junge, mach doch einfach eins! Solo! Solo? Hehe! Hat das auch Bock gemacht? Ich bin gleich durchs Reiter, da haben dann nicht machen Dross! Schön! Ey, lass mal alle dancechen nehmen! Alle! Komm! Nein! Los! Nee, Digga! Mach los! Scheiße! Jonas kriegt die Reihen, Alter! Ich fick Ennis! Haha! Jonas schreibt! Jonas sagt, ich fick Ennis! Warum? Fick's! Kennt er mich? Jonas Kahles! Oh! Er sagt, kennt er mich! Er sagt, kennt er mich! Er sagt, kennt er mich! Er ist gefährlich, Digga! Kennt er mich bewusst? Weißt du, von wem du redest? So auf den! Oh! Kennst du Jonas? Oh! Jonas hat geschrieben! Oh! Jonas hat geschrieben! Jonas hat geschrieben! Oh! Und Penis! Oh! Oh! Der, das mit dem Penis soll er selber wieder abschieben mit im Zug, Digga, kann er wie noch mal ein Video machen. Mann, ich kann nicht klemmen! Ja! Hehehe! Verstehst du, wie er je ist? Ja! Oh! Du! Ja! Ach, entschützt oder? Ja, warte! Ich geh mal auf... Äh... Oh, Junge! Es hat mir wieder was geschrieben. Ähm... Sie meint, Junge, deine Mutter kann mir im Stehen einblown! Wenn du bin haus' dann nich! Zeig! Was laberst du, Junge?! Was laberst du jetzt? Es schreit, was meine Mutter kann nicht im Stehen kochen. Was laberst du? Guck mal, wie unlustig ich jetzt. Ey Junge, ich bin noch im Stream, du unlustiger. Dillo! Erosa! Ey, laberte, ey, laberte. Guck mal, er hat nur geschrieben M, Salam, ey, mach mir grad Essen, mach mir grad Essen. Hamza! Du bist so ein Dreißigerfrau zu Hamza, ne? Dillo, Junge, du bist so lustig. Dillo, am Ende beleidigt Enes zurück und Jonas schlägt... Wer ist Jonas überhaupt? Das ist Jonas, Amerika. Asta. Dillo, du Huren. Ey. Was willst du? Ist das Schule von uns? Nein, ne? Oh, ey, mach mich leiser! Was ist Dillo, Wahn? Ihr fittt mein Kopf, Digga. Hauken! Hauken! Fitts ab hier, Mann! Knirrfe man nicht! Kurde schon... Jonas macht lachsmiley. Jonas macht lachsmiley. Jonas macht lachsmiley. Jonas macht lachsmiley. Echt, wie heißt das? Er lootet, ehrenlos. Er lootet, ehrenlos. Er lootet. Hey, Junge. Los! Geht um! И들 muut mich! E columns propaganda! Er lootet! Wisst ihr euch? Er lootet, mir macht was! Er lootet! Ja, aber mein... Ah, ah, nein, er ist Sissi. Du deine Karte haben da, ja? Er muss kämpfen. Er muss kämpfen, die Mann. Ja, ich verlass doch. Sie werden mich ticken. Ich verlass dich. Verlass doch. Du bist schlecht. Oh, das kämpft du doch nicht zusammen. Wie kommt ihr? Komm, seine, seine, seine. Seine, ach, egal. Seine, wissen wir, du bist schlecht. Warum? Wie kommt ihr? Bibliert. Wie gibt's mit Doggy? Ey, kennt ihr die Ost-Boys? Ne, ich kenne Oskar. Es gibt doch... Ich kenne Oskar, Peter. Du bist so schlecht. Hallo. Ich bin gerade allein. Ich kenne Oskar. Digga, halt deine Frist. Dann macht ihr euch der Pegel jetzt runter. Ich hab sonst keinen Bock mit euch zu spielen. Und nervt mich zu... Kannst doch machen. Tschüss. Lass mich und ihn wieder ein sofort. Ne. Hadouken. Ich finde... ich bin jetzt solo kein bock mal oder als nein kein bock auf arena war lustig das für peter jungs samstag wird ich da gegessen ich habe gefragt was meint er damit dieses piepen nein hat sich gereimt lustig 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 ja lustig ja lustig wie abo da ticke exe gegessen wer ich ja du nein da kam das stummi jetzt ich habe es meint ihr jungen du check es sowieso nicht jungen du lachst nicht mehr aber ist gar nicht so krass nicht mehr jungen du lachst nicht mehr jungen katt jungen aber dann durch jungen wo ist du denn du bist schlecht du bist schlecht Ich hab dich schon. Du bist nicht schlecht! Du bist nicht schlecht! Ich hab dich schon. Mit wem? Kippo! Kippo! Lustig! 3.1 Kippo! Unlustig! Bei Sa... Bei Sa... Bei Sa... Bei Sa... Bei... Bei... Yay! Mit Hasuna! Nein! Pfff! Was laberst du Hamza? Hat er nicht geschrieben. Mit Niezu! Mit Niesu! Fertig! Du hast selber gesagt, mit Hasuna! 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 Jonas! Haltab! Du mit Tocchen! Haltab! 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 wir gehen alle samstag also witziger jetzt ohne spaß also georges ich wusste jonas so hat es ja dann glaubt aber wird sogar jünger es hat der erste dann ich war der erste das nein du kannst manchmal deutsch junge das laber ist so mein laden spaß ja dein laden aber du bist genau wo wir sind geworden ihr denkt beides euer laden hä ich hab gesagt spaß er nicht doch bei mir wissen alle das nicht spaß war ja ich krieg jetzt aus dem pati tschüss tschüss so ein elender bastard egal ja amser du hörst mich ich bin der wixer schatz schatz Okay. Okay. Komm rein, Junge, dann lad doch ein, Junge. Spass dich. Ich guck, ob die Party überhaupt denkt. Ich kann auch nicht mal reinkommen. Okay. Scheiße, so gekickt zu werden, oder? Ja, das musst du dich selber fassen. Haha, tschüss, Hamza. Spaß. Wie kicken wir jetzt, Endes? Willst du mich jetzt... Kann ich, kann ich nicht kicken? Oh, nein, das war Spaß. Endes! Seine Lache, wieso deine Pfannz? Hamza das mal eingefallen? Hamza das mal eingefallen? Kann ich die machen und danach Endes kicken einfach auf, lustig. Nein, Digga. So oft, damit er nicht Party aus ist, komm. Nein, ich kick euch nicht. Geh raus, mach Party, dann ich komm bei dir rein, Hamza. Geh raus. Warum soll ich kicken? Warum? Weiß auch, aber wir wollen Party aus sein. Hamza, mach mal, geh mal raus. Hamza, geh mal raus und mach Party. Nein, geh du raus. Ich komm bei dir rein. Scheiße. Ja, Junge, warum checkst du sowas aber? Was hat denn da... was... Achso, damit du in der Party bleibst, ne? Nein. Oh nein. Oh nein. Wann? Oh, ich hab nicht verstanden, sag mal. Nein, check dir mal noch nicht. Sag mal bitte. Oh, huh, ich hab mich gemeldet. Eh, noch. Wie lange noch? Eh, noch... Hier noch... noch zwei Stunden Pause, eine, zwei Stunden. Sehr ruhig jetzt. Ich werde dir nur noch mal sagst du... Quatsch mit Soße. Eh, noch zwei... Quatsch mit Cocktail-Soße. Oh, lecker, lecker. Und Döner auch. Hmmmmm... Schicker Wings. erinnert uns an essen schicken mit käse und so weißt du jetzt ganz genau wie der schmeckt Ja, war langerisch. Warte, ey. Okay, warte. Warte. Nein, Junge. So. Ey. Nein. Tschüss. Ey, äh. Ja. Was, ey, ja. Hallo? Ja. Tschüss. Ey, gehst du dennerstag mit Jonas zum Laden? Ja, warum? Ey, Samstag. Hey, ich mach's ernst. Was? Nein, nicht mit Zeit. Wir gehen zu Zeit. Weiß ich nicht. Ich geh auch mit Georg, auch mit alle. Achmed sogar auch. Achmed und so auch? Wie? Ich dachte ja fast. Was ist das? Dillo sagt alle. Dillo, ich, äh. Das war Spaß geprankt. Was soll er sagen? Was soll er sagen? Nein, Spaß ist ehrlich so. Was für ein Angebot? Safe von 5 Euro auf 4,99 Euro. Macht keinen Unterschied dabei, gell? Ja, ruch den Witz an der Sache. Aber, die gehört. Ey, da kostet, äh, da kostet nicht wie bei eurem Junge. Was laberst du? Da kostet 20 Euro. Was teuerst du? Und 17,50 Euro, das wenigst du. Wer? Der gefragt hat dein Bruder. Naja, mein Bruder gibt's nicht. Also hat niemand gefragt. Ah! Hast du selber gefragt? Hä, ist dein, äh, ist dein, äh, Bruder dein Gehirn oder warum gibt's nicht? Nee, nee, mein Bruder, den gibt es nicht. Ich hab dann nämlich keinen Bruder. So, das ist ganz verständlich. Ja, da hat er recht. Da muss ich ihn jetzt... Eigentlich war's. Halt deine Fresse, du Lucia. Du Lucia, halt deine Fresse. Oh, er will, ey, wir können auch machen. Oh mein Gott, alter, will ich nicht, man. Wie kommst du denn da? Nein, Spaß, Carlos, ey. Äh, frag mich nicht, man. Ich weiß es selber nicht. Oh mein Gott, ey. Verdammt, ich scheiße. Ich hab ne nasse Unterhose. Ja, das glaub ich dir. So, reine Schwung. Ennis Jack ist safe in seine Unterhose rein. Das ist ein Burger. Spaß. 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 Ich bin Spaß. Spaß. Der Arne kann das gar nicht machen. Spaß. Der Arne kann das gar nicht machen. Dame, Haran. Spaß. oh mein gott oh mein gott ich bin so schlecht ey wisst ihr was ich gemacht habe ich habe mich hoch gebaut und ich habe mich hoch gebaut und ich habe vergessen das ist ein jump-in ich dachte es wäre ein redeploy und dann sprung so Geht mir das Leben, weil der eine Bruch umtrein mit ne ganz neue Ära Schnell, die Versuchung mit den Bruch ohne Fehler Komm, 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 komm Jungs, weich doch mal, Mann, bitte Was heißt das? Ihr seid nicht die Einzigen in der Party Haben da ein Monitor Außer jetzt Und Bye, bye Spaß Hä, Ennis, du bist behindert Oh mein Gott, Digga Dann sind wir doch immer noch Dann bist du doch immer noch nicht der Einzige in der Party, du Spachter Aber dann sind wir Guck mal, du sagst ja, ihr seid nicht die Einzigen in der Party Aber wenn ich dich kicke, sind wir die Einzigen in der Party Ja, okay, da ist was Du lüg Ja, ich hab's genommen Ja, alles Eines, äh, haben sie eine Stunde für diese Runde Tschüss Ne, ich hab ihn gestimmt So Haben sie, Adilo sagt, er hat dich gestimmt, weil er hasst dich bei alles Dann sag das noch einmal und ich ficke dich in deinen Arschloch Oh mein Gott, wie kommt noch eine Sniper, oh mein Gott was sagt er noch alles anders er sagt er ist er ist richtig gay und so erschütter du bist jetzt wicke ich finde ich auch richtig hübsch er sagt so haben sie kann dünner essen gehen weil er mag ich voll okay ich habe ihn ein stummt er ist ein scheiß Lügner ach die digga denkt ich hab das nicht mit die Fresse hast du mit Eikon ey Leute was ich überhole willst du dich nicht mehr holen bitte du diesen pinken nur Retträume ne Nougat ich glaube du redest zu viel ja oh mein Gott ich bin ein frisch ich bin ein ey Dello Dello war ein Gott oh mein Gott oh mein Gott kick ihn aus der Party er kickt dich gleich ich mache jetzt ich mache warte warte ich kick dich ich kick dich gleich du bist ein alter Wichser was denn mit deiner Cuoco oder was ich habe immer was sonst he ja wie ist das vor Dello komm ich will jetzt singst du komm Heidi okay eins Dello sag mal was schön ist Dello kann was schön ist Junge Endes ich bin grad in der Runde digga halt doch mal deine scheiß fette Fresse digga mein Gott Junge du bist doch kein kleines Kind mehr Junge fuck mich jetzt nicht mehr ab und jetzt für den Rest der Runde seid mal bitte jetzt leise digga Hurensohn Halas Hamza sei einfach leise ich habe ihn gestimmt ich guck mir jetzt Ramadan Diaries oder guck's mir gleich an von Yunus Amiri ich denk's dann macht das ja auch der Junker macht das ja auch Junge du wärst der erste der geheult hätte wenn du ihn gesehen hättest Junge ich weiss Alter yanker ich weiss weil wir du Ich kann das nicht mehr sehen. Okay. 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 Let me know what I can do to the guy. I don't know what I can do to the guy. Okay. 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 Hey, bitte lag nicht jetzt, Digga. Nein. Hitte mich nicht. Hitte mich nicht. Hitte mich nicht. Hitte mich nicht. Das wird geschafft doch weiter. Das war's. Ey, Enes, weißt du, wo Hamza ist? Ich dachte, er redet bei dir. Achso, er telefoniert, glaub ich, mit Georges. Äh, Georges, äh... Hast du gewonnen? Hä? Hast du gewonnen? Ja. Ja. GG. Er hat sogar bereits aus. Ich komme gleich. Ja. 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 Ey, nerv' ich mal jetzt nicht damit, ja? Nächstes Mal mach ich's gar nicht, Digga. Du... Ich mach ganz auf Dings. Wenn ich die Story sehe, Dings, Geier mal nicht nach Bewertung, Digga. Da scheißt du auch drauf, was andere sagen. Ja. Aber du bist so'n... Dulli, ne? Ja. Du bist so'n? Mhm. Richtig. Da sind die andere Dank ein. Dass daói. Ja. Weil es so'n hier in der Lage ist, all des Zwerge Es ist auch ein TikTok. Oh, Retail. Scheiße, dass du dahin gehst! Ich hab gesagt, ich geh reten, äh, lass reten. Okay, ich geh jetzt dann noch mal. Okay, ich geh jetzt auch mal, halt doch mal, ich geh jetzt mal. Seh jetzt ich noch mal. Ehrenlos, sie zeigen Essen die ganze Zeit. Ehrenlos. Telefonierst du mit Georges und Jonas? Ja, sie zeigen Essen. Jonas trägt dir das Wasser und so und ein Schokoladenwürde, der zeigt dir das gleich. Und Georges hat es ein Eis. Ich leere, Männer. Oh, auf seiner Schule steht er immer, auf seiner Schule ist er immer so auf Moral. Junge, sag ihm das auch ins Gesicht. Dillo sagt, vor Jonas wird er auch cool. Nein, nein, ich sag ich hab, ich sag. Hä? Wollt ihr das? Nein, ruf mich an. Ich, äh, ruf mich mal auch an. Obwohl, scheiß auf. Nein, nein, ich hab keinen Bock. Nein, 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 bitte nein. Hör auf damit, ich hab keinen Bock. Was soll ich sagen, was soll ich immer sagen? Er soll sich vor Joni nicht cool fühlen. Von dir oder von dir? Junge, mach doch was du willst. Junge, mach doch was du willst. Die Wichser, die pranken mich. Man kann die Truhe gar nicht. Ehrenloser Gorgis. Er tut in der Schule auf Moral und vor Jonas Zucker auf cool. Oh nein. Junge, warte, wer sagt, dass ich weg war? Hast du mich gesehen? Ehrenlos. 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 Komm, 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 komm mir weg. So, er zeigt, er zeigt, die lachen, die immer lachen. Die grinsen sich beide an. Ah, Mann, hört doch den dreckigen Flächeln. Ist Jonas bei Giorges? Nein, die telefonieren. Ehrenlos. Ich schwöre, ehrenlos. Und morgen Morgen. Nee, Frau Ongas, können wir ne Schweigeminute machen? Nee, ey, Alter, pack mal weg. Pack mal weg, pack mal Essen weg. egal ist eigentlich geht es eigentlich egal ich habe mich mal hungern so aber es geht ums prinzip was los lutscher na und na und kann man sagen kann was meine mutter eingekommen ist kann was seine mutter eingekommen ist hallo du weißt es doch nicht aber du kannst doch aber konnte wissen dass ich jeden moment kommen kann aber also eigentlich ist ja egal aber es geht ums prinzip es geht darum dass du es geht darum dass du dich für jonas so dass du für jonas so cool bist verschockt was willst du eigentlich nein mann abat wat 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 was 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 Das war's für heute. hey hey guck mal jonas guck mal jonas 1 1 haben wir haben wir streusel habe streusel ich hoffe wir haben streusel ich hoffe ich hoffe wir haben streusel und de los schon die zweite form von ember Hast du noch nicht? Nein. Hallo, hast du mich auch angebracht? Ich hab Bock bekommen. Ich hab schon aufgelegt bei dir. Wie irgendwas, ne? Kannst du dir sagen, du sollst mich anrufen, dann lade ich dich ein? Hä? Ja. Was? Nein. Ne? Oh, dicker. Wir haben sie bekommen. Wir haben sie bekommen. Ja, noch zwei Stunden. Zwei Stunden? Zwei Stunden. Zwei. So mit zwei auf einmal. Was ist denn? Ich habe sie nicht gebraucht. Also ich hab' gefickt von so einem Typ mit der. Ich hab' die beste auf dem game. ich bin ein sucht wir haben es glaube ich alle gesagt wird was anderes zu sagen du machst es laut du machst es laut macht es laut ja ich höre dich macht dich laut jonas warst du im stream jonas warst du im stream als ich 10 kill runde gemacht ja ja haben soll die sagen er wusste nicht dass du sollst ihn nicht nerven naja george ist halt aus Deutschland verkackt ich habe heute zum unterricht gemacht und wurde erwischt ich hab sie sicher was war das da war ein blauer strich wo gehst du dankeschön ich liebe dich das ist ja noch jetzt geht's er ist nackt weil er hat es abgedacht ja jetzt mach ich Junge du kleiner Duli alter Pädophiler ja mach dann ja ja ich mach dann halt deine feste hallo komm mit den 200 Cent ja dann warte mal nenne hol dir bitte ich bin schon tot was willst du ja nein eine andere schokolade schokolade ja ja los ja los hol mir das ein hol mir das ein hol mir das ein wir gehen auf dillover parallel ist gut ja der arme was geht so bei dir georgis was hast du gemacht oh mein gott oh mein gott du beschreibst morgen ne arbeit ne hat er gesagt er hat vokabeln gelernt ja ja er hat nicht gelernt oh mein gott ja ich dachte du weißt nicht welche vokabeln ähm Hamza meinte du weißt nicht welche vokabeln ähm Hamza meinte du weißt nicht welche vokabeln ich müsste im nachhinein eingefallen Hamza so ganz schön oh oh ein durchschleiter gelaufen mhm so schnell mhm 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 das muss schneller gehen ja Hamza ähm ich geh auf rein ne tamam ja tschau 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 genau hey das so geil die müssen jetzt top 10 machen will doch auch das war aber habe ich schon guck mal mehr ich will auch und erwartet gerade bekommen liebe länger als die gegnerin ja sie einfach länger leben wenn wirklich er der letzte ist verhältlich ne hey warum wie du sitzt aus was ist das keine ahnung achso ich bin bereit 2 2 2 2 1 6 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 5 5 3 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 6 6 7 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 20 25 20 21 20 21 23 21 dem Lehrer wollte ihn darauf umweisen, dass es nicht korrekt war. Der Schüler wollte halt den Lehrer zu redestellen. Auch dann passiert das, Leute, das werdet ihr mich niemals glauben. Schaut einfach selbst. Junge, was wollt ihr? Man sieht hier auf jeden Fall wie die Befugtüren, was im Hintergrund abgeht. Keine Ahnung, so schwanzig dabei. Die ganzen Schüler der Schule können mich gerne anschreiben. Was wollt ihr? Komm, 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 die Lange war ein sexuelles Beläst. Das ist das, was ich faste. Ich glaub, es macht ungewöhnlich jetzt, weil ich so was gesehen habe. Ja, ja. Komm, was wieder an. Wie? Und so fährt er nicht nach oben. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie war's denn das? Willst du jetzt schon aufhören? Nein, ich bin in meinem Abzug. Da tauch mal einmal, Joni. Da tauch mal, ich will nicht sehen, ob du lange tauchst. Ja. Adam kann richtig lange, ne? Wie war er jetzt? Oh Gott, man kann wieder sauber. Aber wie macht er das, Joni? Ich hab gar nicht weit. Ich bin nicht... Sauber, Juma. Ich bin ganz stark. Ey, Delikato, Delikato! Oh... Jetzt ist er. Oh, ich bin ganz stark. Oh, ich bin ganz stark. Oh, ich bin ganz stark. Jetzt ist er. Warte einmal, warte einmal, warte einmal. Ich zähle, ja, Mann. Hat er gesagt, ruf einmal Hamza an? Es macht, er macht Heimer. Oha, wie viel Grupp ist das? Oah, wie viel Grupp ist das? Passt auf Gegner. Die rechte Wand ist deine. Schade, ganz stark, ganz stark, schade. Ey, ein Schüler wurde bespuckt von einem Lehrer, weil er gefastet hat. Guck das neue Video von der Janko, mit Video. Also ich fand es nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Ey, soll ich Eisbrecher zu dem Kombi nehmen? Willst du Eisbrecher oder Eisicht? Ich weiß nicht, was Eisicht ist. Zeig mal. Also ich esse sie mit dem Ohrge. Achso, nee, nee, nee. Versuch mal Eisbrecher. Komm mal. Ich bin bereit. Leute, überleg mal, der Lehrer spuckt einfach den Schüler an wie den Mundkopf. Was auf jeden Fall jetzt danach passiert ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wie war die Juni, ey, Juni, denk erst mal, blöd. Ich will mich auch niemals von mir anspucken lassen. Alter, mein, ey, wie kann man einen Menschen anspucken? Das ist das Respektloseste, was es gibt. Leit deine Presse, Gehörnchen, du fetter Asyra, Alter. Guck's mal an. Ich spuckst du Schüler an, Mann. Was ist wegen einer Religion? Hab ein bisschen Respekt vor einer Religion. Aber respektiert zumindest die Menschen, die fassen. Ich finde es einfach notorisch, dass es in der heutigen Zeit noch solche Menschen gibt, die einfach nur Respekt zeigen. Das, was sie gemacht haben. Man sollte nie die Religion respektieren, selbst wenn man nicht dahinter steht. Juni, selbst wenn man ungläubig ist, respektiert einfach die Religion anderer. Du musst ja noch nicht mal daran glauben. Aber, Digga, man kann doch ein bisschen Respekt zeigen. An dem Lehrer, Digga, was ist falsch mit dir? Denkst du das falsch lustig, dein Spruch? Wird man Zeit, dass du weniger fasstest? Dinkst du, das war lustig? Du hast dich damit nur ins eigene Bein geschlossen. Ich habe immer gerne, wo du respektiert, der Lehrer, das ist auch richtig so. Weil sowas ist einfach nur respektlos und ehrenlos. Auf jeden Fall, das war noch nicht alles, nur ich schaue mal weiter. Schließt schon mal. Der Lehrer zieht einfach so ein Schüler schon fast aus. Respektlos und ehrenlos. Auf jeden Fall, das war noch nicht alles, nur ich schaue mal weiter. Man, ich... Aber du hast uns eigene Bein geschlossen. Wo landen sie wieder? Sag schnell! Ich schaue, 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 ich schaue. Auf jeden Fall, das war noch nicht alles, nur ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Georgis, zeig mal deine Seiten. Schüss, schüss, der Lehrer zieht einfach so ein Schüler schon fast aus. Georgis, zeig mal deine Seiten. Zum Glück haben die Schüler das auf jeden Fall aufgenommen, ne, Herr Lehrer. Crash, 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 oh mein Gott, oh shit, oh mein Gott. Ich wein, ich hab das noch bewertet, aber nächstes Mal bewertet mir, du f***st voll ab damit. Ja, bewertet, warum ist dir das so wichtig, Böhmel? Ähm, ich bin nicht dran, wo wir diskutieren wollen. Du bist doch klar, dass sie irgendwie von einer Sachen diskutieren wollen. Weil im Endeffekt greift er euch an, er greift eure Religion an. Eben muss man sich auch verteidigen, ne? Es ist egal, ob das Lehrer ist, weil sich jetzt nur der Lehrer ist da. Haha, nein. Nein. Lello, guck mal, ist kein Kombi. Lello, mein ist kein Kombi. Ach, voll ehrlich. Ja, passt zu dir. Ey, wir haben gleich viel Leben. Wir haben gleich viel Leben. Wie viel Leben hast du? Wie viel Leben hast du, Delo? 64. Wie viel Leben hast du, Delo? Nein, bin ich nicht. Äh, vier mehr. Wie viel Leben hast du? 64. Ich auch. Jub' mich nicht. Was? Cool. Findest du meine Skin? Komm, sag's doch mal, Junge. ich habe kein name ich habe absolut kein ich habe kein jörg er haben ja oh mein gott wie lange habe ich da gehen wir finden dass du alles gekonnt guck mal putze irgendwas mit der also eigentlich ist geiler was sagst du da noch die weiße ich finde die rücker zwar passt nicht du enttäuscht mich darüber nein kein bock auf waren ganz gut wir machen jeden tag war noch und warst du ganz kurz nein kein bock ja ich bin da zehn acht deswegen ich habe große fresse ich mein so ja ich will den ficken ja mach jetzt ja ist gut aber mach jetzt bitte kreativ ich hab keinen bock auf kreativ digga man zählt nicht 1 2 3 4 das ist ausländert doch bereit nein lass bitte kreativ ganz kurz ich hab keinen bock da drauf ich will ja nicht spiel nein kein bock ich bitte dann lass du arena okay wir machen aber das ist auf spaß ja ja alles im spaß außer das letzte und wo du mich gekügt hast was denn wie viele solo wins hast du ich bin vorher mal text gegangen ich hab nie einen sieg geholt ich hab ich hab nur drei siege drei solosiege sind drei solosiege wenig ja spaß spaß wechseln mal team 6 junge jonas bei dir du hörst dich so Wuhuhuhu an, Alter! Leg den mal auf! Leg den mal auf! Eins, zwei, drei... Ey, aber lass mal jetzt Pumpkan den Ding. Pumpkan... Wo bist du? Ich bin hier drinnen gelandet. Was ist denn? Drei... Oh, maaaannn! Was ist das jetzt hier? Ja, na, Dilovan! Lass mal da drinnen und camp! Lass mal da drinnen und spielen! Nein, das ist... Aber das dauert lange! Nein, da ist viel besser! Nein, das dauert lange. Dann schwimmen wir bis morgen noch. Lass mal an uns gerade, genau. Oder fährt der Pump, es sind die Ding. Aber alles blau. Lass mal einmal nur noch... ...Schneu und Sturmgewehr. Nein! Ja, das tut mir leid! Das ist doch nicht gut! Ja, Alter! Ja, das tut mir leid! Ja, Alter! ja ja das war mit der wl mit der wischung der alten lasst doch dann lasst also spielen lassen mit einem heavy spielen ich habe dann spiel ich mit der w 1 mit der talung 1 2 3 ist so geil mit der tante start nein hast du gesehen was ich war heute ja Okay. Das war's. Sack, er soll nicht die hessischen Schlachen. Ich fang direkt an. Achso, jetzt geht er direkt weiter, scheiße. Ich fang direkt an. 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 Oh, 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 oh. Okay. Wir dürfen uns eine Jacke reinnehmen. Oh, zum No-Scopen. Aber es geht trotzdem weiter, wenn wir uns sehen oder so. Okay, Aim. Hä? Die waren alle drauf, Digga. Was für Aim? Nein, 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 nein. Kurmanji. Wir haben alle drauf. Kurmanji. 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 er muss doch bescheid sagen du bildet nicht? warum hat man eine tanken abgabend? den 890 gehört schon Ich bin der Ich bin der Ich bin der aber die pappe ist geil so macht zwar wenig schaden aber so Das war's. Das war's. Das war's. 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 Ich habe am Freitag eine Bioarbeit und ich muss verblären. Ich bin ein Vater von meiner Schule, und ich habe mich von Sula und habe noch die Gruppe im Jefelb, ich habe einen Partner im Jefelb. Ich habe ein Schwarm, ich habe mich mit meinen Schuern, aber ich habe mich mit meinen Schuern. Was ist das? Warum? Warum? Nein! So george es ist so wie du gerade gesagt hast du bekommst die dafür kommt denn nicht so nicht deswegen aber ich habe keine lustung machen deine arbeit alleine wenn du mal jetzt auf junge legt auf ja legt doch da auf warum warum weil die nerven und 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 ich will gar nicht mehr länger sagen dass ich meinen ehemann nicht denn du bist am lutschen du aber egal ich gönne die lo und fühl dich noch mal ein bisschen so cool wie du dabei haben sie auch macht alles was jonas aber sie ist ja die ständige macht sie das nicht als mit sondern mensch ist mensch ob schule bruder das wird ein clip digga das wird ein clip ich habe auch gut bearbeitet und der gute zu geben ja ich mache die gleiche ich mache das kurz ja ich habe hier Okay. Nein, wird schon zocken. Ja, okay, du hast eine Stunde rausgeholt, weil du wusstest, dass ich Ficke. Ich hab über 100 Papier was zu spitz angegangen, das macht das mal so aus, bitte. Du hättest so, du hättest so vor denen, sagt ihr noch, dass ich einmal geschwitzt habe, dass ich so statt habe. Haben die aufgelegt? Ja, du hast vier und dann noch vier. Aber klar. Weil Gorgus ein Mitläufer ist. Ja, okay. Ich hab das in den Koppel. Ich hab das in den Koppel. Ich hab das in die Koppel. Dann die Koppel. Ja, ich hab das in die Koppel. ey lass mich mal fakes clips von mir machen mit mir machen ja egal es gibt es gar nicht mehr opfer ja ja nein ich will das video heute schon mache und ich habe mich so viele clips gemacht okay aber ich war ich mache jetzt schaff ich bin ich schon ach das bis 22 mal jaukaiallah wir haben dabei ja ich scheiße schäfer zuerst herunterladen wir können auch ein bisschen spielen wozu habe ich es denn wenn es nicht heruntergeladen ja nein aber ja du hast du ein twitch auf der dinge? twitch? ja 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 War okay. Was? Ich habe zuerst geschossen. Was? Wie konnte ich der schießen jetzt? Was? ich mache jetzt mehrere clips einfach kann ich hier die clip schicken und du machst das ehrenlos ich mach dir ein video dann macht Nein, nein. Er kann es selber machen. Ey, der hat uns doch gerade angeschrieben, ne? Ich hab tausend mal drauf ge... Hä? Du warst einer selbst... Ich hab die Tür heute angeguckt, hab die heute jetzt passiert extra. Ey, das klapp ich auch, damit ich zeigen kann, dass du los bist. Ey! Ey! Ey, Vince hat mich schon angeschrieben sogar. Das heißt, wann krieg ich meine 10er Pace? Ich brauch die... 10er Pace. Ja, und ich geb mir noch ne Fünfer. Er hat da gesagt... Wann wirst du dir die Fünfer holen? Mal gucken. Ich hab mir gesagt, ich geb dir diese Woche 5 Euro. Und wenn ich zuvor umgehe, weil ich werde es so, äh, morgen oder übermorgen, ähm, zu all die gehen. Und mir Internet machen. Dann geb ich dir wahrscheinlich den Rest nicht. Schon 5. Wenn es da Pacef-Karten gibt, aber ich glaub schon. Ja, oder? Junge, du kommst runter, ich bin jetzt komplett unten. Ja, der 185er kriegt der noch. Eine Stunde und 6 Minuten, dicker. Dann, wenn du auflägst, äh, wenn du aufhörst. Guck ich Netflix. Prison Break. Ich hab mich heute wieder anbekommen. Und das wird dann aufgehört. Wenn du machst, ne? Dann spoil-leichter alle Serien, die du einmal angeguckt hast. Nee, juck mich nicht. Ich guck keine Serien mehr. Welche Serien guckst du? Doch. Ich kann nicht... Am Ende, ne? Von Sachel 4. Da stirbt ein Evo da. Wer ist das? Nee, sorry, Digger. Sorry, Digger. Nee, Twina, meine Twina. Wer ist Twina? So bist du aber nicht so weit her, wo bist du denn? Ich bin grad in Staffel 2. Und du kennst Twina nicht, dass es was ging. Wer ist das? Ich hab heute wieder angefangen, aber, äh... Da, ehrlich, können wir jetzt noch wegspoilern, wenn du jetzt... Durch Staffel 2, ne? Ja. Ich sag dir, war jetzt, was man stirbt in Staffel 1, sonst könntest du dir das Ding spoilern. Hä? Ich bin Staffel 2, wie willst du mir was von Staffel 2, äh, ein Stück spoilern? Ja, ich mein nur, falls du... Verwarnst du. Hä? What? Was? Was ist das? Was? Was? Ja. Ah, Ehren, Mann. Erinnert sogar. Ich, äh, wechsle schon da. ehrenlos johann bin ich schlecht oder was ich bin besser als du da wechsel dings abkaufen ich will nicht machen arena wie wir haben da gibt es zu einer rinna bist du schlecht als ich bin ich nicht generell in stürme sind so klar doch jetzt kann mich schon ja es kann wir schon zu tun damit bist du besser dings ich wechsle jetzt da kommt okay dann machen wir dings hast du alle leute leid dann haben sagt wir sie nicht entweder so nah holt noch